Gar nicht so gut. Fuck. Wo ist der denn? Da ist einer. Und der? Und der? Oh, scheiße. Meine Munition. Oh, kacke. Das hat ja schon wieder ganz toll funktioniert. Alles hier. Da ist... Ne, das ist ein Ventilator, der sich dreht. Ne, auf so Entfernung ist das mit der Schrotflinte ja nix hier wohl. Wow. Ach, nicht vor den Bus springen, du Depp. Hau da gerade ab, oder was? Super. Und den habe ich nicht gesehen. Ja. Küsschen auf die Backe. Besser wäre das wohl. Komm, Mädel. Wir hauen ab. Doch. Lalo, das ist eine Spezialität von Max Payne. Das ist doch mal. Alkoholiker und ein unarmt pregnant woman. Wir waren hartlich ein Seale-Team. Ich put our life expectancy in five minutes. If we were lucky. If you can lift me up there, I'll see if I can lower it down. Das ist doch mal eine Idee. Okay. Schöne Räuberleiter. De nada. Ach. Wie viele von diesen Pfeifen kommen denn da noch? Boah. 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 Mein Gott. Ich bin immer... Ich halte immer die Luft an, Alter, wenn sowas passiert hier. Wer stiegt hier noch vor meinem Rechner? There's no way down. Hahaha. Hold on. Ist er nicht stark genug? Willst du in die nächste Runde? Yes, I think so. Well, that may be our best bet. Go on, I'll meet you there. Are you sure? Yeah, don't worry. I'll find a way through. Just stay quiet and keep down. Ai, 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 ai. Oh, guck mal, Knopf. Ja, drücken wir mal drauf. Knöpfe drücken. Das Gespräch hatten wir schon mal mit den Passos irgendwann, ne? Was haben wir hier denn, Feines? Nix, aber hier. Und ein Türchen. Und da ist noch ein Knöpfchen. Oh, schöne Hebeanlage. Spring doch einfach. Mäuschen. Fuck. Oh, Mann. Scheiße. Da hab ich mir auch mal wieder ein Kügelchen eingefangen, hm? Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, 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 oh. Scheiße. Granaten. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ach, die Deckung ist auch nicht so besonders gut, hab ich das Gefühl. Oh, Mann. Oh, Mann. Ach, die Waffen von denen werden aber auch nicht schwächer hier mit der Zeit. Ich fürchte. Hier ist wieder mal Zeit für die... So. So. Oh. Stirb. Die Spring-Taktik. Oh, schön durch die Hand, ne? Da machst du nix. Wieder mit Luft anhalten und allem hier. Scheiße, ey. Ich seh keinen. Ach doch, da. Oh, viel zu spät gesehen, die Idioten. Ach, scheiße hier. Hä, hä, hä. Zack. Durchatmen Einfach mal aufs Knöpf hier gedrückt? Jawohl So, ich brauche ein bisschen Munition hier Was können wir denn hier noch rumfliegen? Ja, ganz ruhig, lass mich doch erstmal hier dafür sorgen, dass ich gleich auch noch mehr Leute schießen kann Achso, nehme ich jetzt das mit Bietet sich ja schon an, glaube ich Bietet sich doch durchaus an Wo ist er denn? Ja, 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 ist ja gut Ich komme ja schon Wolltest du nicht runterkommen? Offensichtlich wollte ich hochkommen Gut Dann Wo denn? Da Das bleibt meistens nicht nur bei 2 Hier habe ich gerade keinen guten Schuss Ja, Jungs, was macht ihr da? Oh, da sind auch noch welche Und noch welche Oh, oh Fuck, wo ist die Granate denn? Was war das? Oh, geschafft, okay Ich dachte schon, ich war schon wieder tot So viele böse Menschen hier Pain-Killer Mal kurze Suche nach Pain-Killern Ja, ja, komm Hast du jetzt die letzten 3 Tage auch schon gemacht Hier ist nix mit Pain-Killern Nein, 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 nein Irgendwo in den Mülleimer reinsitzen Oder so Oh, super dreckig sind sie alle beide doch mensch das muss ja stinken wie das worin sie gelegen haben überall gammeln diese pimmelköpfe rum fürchterlich voll rein oder ach komm erst mal frontal angriff scheiße okay fing gut an hat schlecht aufgehört muss auch drücken ne ich nehme das ding da habe ich nicht mehr munition drin hoi zack wow 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 scheiße scheiße die ecke da ist gefährlich und der dahinter der säule der war schlicht und spring scheiße große scheiße ganz große scheiße ne ich glaube ich brauche eine andere strategie um diesen raum zu säubern ach fuck Na kommt er her. Nein, nein, nein. Wo sind sie? Okay. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Ah, ich dachte da wär noch einer. Ist aber nicht. Okay. Und da muss ich mir auch... Wow, 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 wow. Okay. Oh, und tschüss. So, Büro, da stehen doch bestimmt wieder Dinger hier rum. Hm, Donuts. Äh, keine Donuts. Huhuhuhu, Painkiller. Wow. Leg mich am Arsch. Wer hätte das damit gerechnet? Ich hab den letzten noch schon in Zeitlupe erschossen gehabt, dachte ich. Kacke. Okay. Tod, Tod, Tod. Und. Okay. Und. 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 Stirb, du Sauhund. Nix zum Heilen hier, ey. Gibt's das denn? Oh, aber was goldene ist hier. Oh, ihr habt doch was zum Heilen gefunden. Wo hab ich das denn jetzt hergehabt? Ach, sie rennt hier auch schon wieder einfach so rum. Oh, oh. Nicht davor springen. Wenn da mal nicht noch mehr drinne sind, du. Oh. Ein Knopf? Gott, warum sind Frauen immer so blöd in so Spielen? Boah. Alter, ey. Diese Kopfschüsse sehen aber heftig aus hier. I'm here, I'm here. It's okay. 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 Vielen Dank.